Ihr seid auf der Suche nach Inspiration fernab des Alltags? Und wollt raus in die Natur, rein ins Abenteuer? Dann lasst euch inspirieren vom Naturparadies Costa Rica, das grüne Herz Mittelamerikas. Rauchende Vulkane, grüne Urwälder, traumhafte Tropenstrände an Pazifik oder Karibik und exotische Tiere. Das Natur- und Outdoor-Paradies fasziniert ganzjährig mit seiner enormen Tier- und Artenvielfalt. Authentische Erlebnisse fernab des Massentourismus sind einzigartig garantiert. Namhafte Prominente haben Costa Rica schon seit langem für sich entdeckt und ihr nachhaltiges Sehnsuchtsziel in Costa Rica gefunden. Für mich ist Costa Rica das schönste Land der Welt. Kein Reiseziel verbindet so perfekt atemberaubender Natur, Urwald und Meer, menschenleere Strände und den weltweit größten Artenreichtum. Es gibt keinen Massen-, sondern nur nachhaltigen Ökotourismus. Costa Rica dürfte auch wegen seiner Menschen und klugen Politik eines der letzten Paradiese unserer Erde sein. Und in Zeiten von Corona habe ich mich dort sicherer gefühlt als in Deutschland. Costa Rica ist mein absolutes Traumreiseziel. Das Land bietet mir die Möglichkeit, all meine Aktivsportarten in atemberaubend schöner und reiner Natur auszuüben und mich mit Menschen zu umgeben, die Pura Vida, also das pure Leben, als Grundeinstellung verinnerlicht haben. Durch meine nachhaltigen Surfbretter, die ich in Costa Rica baue, kann ich meine Leidenschaft für Surfen mit Business direkt vor Ort verbinden. Durch strenge Hygienekonzepte und Sicherheitsvorschriften habe ich mich während meiner Reise im September sehr sicher gefühlt. Fantastisches Yoga, perfekter Wellengang für Surfer, unfassbar gesundes Essen und Sparkonzepte auf Weltniveau. Als ich mit meinen Söhnen vor ungefähr acht Jahren das erste Mal in Santa Teresa in einem kleinen Boutique-Hotel ankam, waren wir im Paradies gelandet. Und dieses Paradies basiert auf nachhaltigen Grundsätzen. Damit ist Costa Rica für mich nicht nur das schönste Land, sondern was Nachhaltigkeit, Biodiversität und Ökotourismus betrifft, ein Vorbild für die gesamte Welt. Costa Rica empfängt nach der Auszeit wieder die ersten Touristen, verfügt über ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem, hervorragende Hygienekonzepte und ist das ideale Reiseziel während und nach der globalen Pandemie. Das Land bietet Besuchern landschaftliche Vielfalt, Ökotourismus, Natur und Abenteuer pur, Wellness und Erholung, Erlebnisluxus, authentische Begegnungen mit Land und Leuten und verzaubert sie mit dem einzigartigen Lebensgefühl Pura Vida. Costa Rica ist der Ort, an dem ihr alles findet. Costa Rica, mein nachhaltiges Sehnsuchtsziel, wartet auf euch. Costa Rica, mein nachhaltiges Sehnsuchtsist,